Hallo Leute und herzlich willkommen zu Rocket League. Ja, wir machen das sozusagen wie Red, nur mit Zitronensaft oder was ist ja auch immer für Saft. Er ist auf jeden Fall eine Pussy. Nein, Spaß. Eigentlich schon. Du hast auf jeden Fall hated den mal. Nein, Spaß. Auf jeden Fall machen wir das heute mit Klammern. Ich habe schon was gebastelt. Verbindung verloren. Perfekt, Alter. Das fängt ja schon mal gut an. Ihr müsst wissen, ich habe vorhin schon, wollte ich das Ganze mit Among Us so ein bisschen probieren, aber irgendwie geht das einfach nicht, weil irgendwie komme ich in keinen Server. Ich kann auch keinen privaten Spieler stellen. Habe ich denn kein Internet? Könnte das denn ein Problem sein? Also, meine Internet-Böxchen sollte auf jeden Fall gehen. Ich mache jetzt hier kurz einen Spieltest. Los geht's. Hier steht das tatsächlich so. Also Download habe ich eigentlich, naja, ca. 150 Gigabyte. Oh Gott, es geht ja hier los. Okay, vergessen wir... Wieso habt ihr mich Bescheid gesagt, Leute? Was soll das denn? Wie gesagt, wir spielen hier, wie ihr seht, Rumble. Ihr wisst, ich habe mich irgendwie ein bisschen in diese Modus verliebt. Nein, oh mein Gott, er hat uns schon hops genommen. Das heißt ja, zum Glück nur ein Tor bisher passiert, also das hier. Das heißt wieder, klammern in die Ohren, in die Fresse und überall hin. Let's go! Und ich glaube, ich mache das jetzt direkt von Anfang an hier zur Augenbrau. Oh! Das tut weh, warte mal. Wir brauchen da irgendetwas, was vorne so ein bisschen besser greift. Aber... Scheiße. Oh nein! Bitte nicht! Oh, Scheuer. Perfekt, da müssen schon zwei hin. Alles klar, geht's hier besser? Okay, doch, hier geht's, hier geht's. Auf der Seite, dann hier. Oh. Ja, 92, 92, 93. Auch nicht mehr. Alter. Ich muss erst mal gerade immer klarkommen auf mein Leben. Ich meine, was mache ich hier? Ich spiele hier gerade Rocket League und mit Fäsche... Oh, es tut weh schon wieder, aber ich will ja diesmal nicht so fest rumheulen. Ich habe das letzte Mal im Schnitt ziemlich genervt, dass ich... Oh, ich hatte Spikes. Scheiße. ...dass ich ein bisschen rumgeholt habe die ganze Zeit und das fuckte mich... ...fuckte mich ein bisschen ab und... Oh, so weh. Oh, bin ich doch noch angekommen. Ich weiß schon, wieso das so weh tut, wenn das nur so komisch... ...dann hängt... Alter, wo kann ich denn hier so mein Kind... Oh, was geht denn da los, warte mal. Die haben zu wenig Spannweide für mein Kind. Oh, Scheiße, Mama. Ich bin hier ganz kurz safe, ich weiß, es fehlt noch eine Klammer, aber... ...sie gerade kritisch. Warte, ich stelle mich ganz kurz ins Tor, dann kann eh nichts passieren. Oh, lol. Oder ich mach das. Machen wir hier immer noch eins, weil bei den Ohren war ja eigentlich immer easy... ...easy peasy oder auch nicht. Okay, let's go. Ah! Das tut wirklich weh, Leute. Ich muss das hier ändern. Man, es ist immer auf einer Seite, du es nicht weh und auf der anderen Seite doch. Wieso haben wir die auch die ganze Zeit Spikes, Alter? Scheiße, jetzt noch ein Viertes. Ach, Scheiße, Mann, ich kann hier gar nicht richtig spielen, häng euch. Ich meine, bei Red, da musst du kurz den Shop machen und dann ist okay, aber... Okay, Challenge. Wie immer, wenn wir ein Tor machen, also sagen wir, ich muss es selbst machen, weil sonst könnte das, je nachdem, ziemlich easy sein. Aber das heißt dann, dass wir... Jo, alles klar, alles klar. Das heißt, wenn ich ein Tor mache, dann... Oh, ho, 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 ho. Darf ich eins wieder wegnehmen? Wollah, hab ich andere Klammern? Oder so? Die sind nicht immer... Gehen die nicht so easy ran und so. Ey, es tut mir gerade so leid, aber ich muss jetzt hier erstmal ganz kurz ein bisschen spielen, weil sonst werde ich hier aus der Lobby gekickt. Oh, nee, ich hab Turbo. Nope. Hä? Ich war doch in den Ball. Oh mein Gott. Ah. Okay, jetzt hab ich aber kurz Zeit. Ich mach uns einfach ganz oben hin, dann hab ich das hin. Und dann versuch ich jetzt aber hier nochmal, weil... Das ist ja doch nicht so. Zählt das auch an den Fingern, Leute? Scheiße, ich bin komplett daneben gesprungen, scheiße, Mann. Oh, wichtig. Ich muss ein Tor machen, sonst geht das hier nicht mehr weiter. Hey, really, Leute. Ja, wahrscheinlich wie großartig kann er denn springen. Ey. Na, wahrscheinlich, oh Gott. Hehe. Einmal weggekickt. Ja, woher ist, wisst ihr, ach komm, ich hab gar keinen Bock mehr auf mein Leben, ey. Vier. Huh. Ja, er hat verkackt. Okay, jetzt hab ich hier... Ah, scheiße, aber ich brauch hier fünf. Ja, wo mach ich das denn noch hin? Die hier ist zu fett. Äh, zu, zu straff. Irgendwie, oh nein. Oh nein. Ne, warte, ich hab hier fünf. Ich bin auch dumm. Bin mir noch mehr... Oh Gott. Yo, ich hab mir noch mehr Schmerzen hinzufügen, als ich eh schon hab. Also, wo fliegt der Wald hin? Hey, ich bin ja gar nicht da hingefahren. Ich hab die machen schon wieder in die Zukunft, Alter. Was soll das denn? Was hab ich denn auch für ein Mitspieler? Die geben sich null Mühe. Oh, aber das tut auch so weh, hier drüben an den Haaren, in diesen kleinen... Oh, aber ich lass das so, okay. Das tut auch weh. Hauptsache, ich muss Schmerzen haben, sonst ist es nicht okay. Also, ich hab noch Notlösung, mir eine in die Nass zu... Stecken! Nein! Und dann wäre es wieder so ein bisschen vorbei, alle... Oh, nee, das war dumm. Das war richtig dumm. Ja. Hä? Wie sollt's mich so gekippt? Ah! Stopp! Ich bin noch mal ne Runde. Mal schauen, vielleicht läuft es hoffentlich diesmal besser. Oh, Eis, okay. Das ist geil. Da bin ich actually gut. Also, das seh ich... Da seh ich uns, dass ich nicht verkacke. Wollte ich sowieso irgendwie etwas mit Advents-Zeugs machen, dass jeden Tag ein Video kommt, irgendwas Kleines. Vielleicht auch auf einem normalen Kanal, also... Nicht auf dem Gaming-Basis, sondern auf normalen Real-Life. Ich weiß es aber noch nicht. Vielleicht habt ihr da einen geilen Tipp oder so, voilà. Dann könnt ihr mal das in die Kommentare schreiben. Wäre echt nice, denn dann wüsste ich, was ich machen könnte. Weil ich will... Hab das eigentlich mir vorgenommen. Weil eventuell mach ich dann vielleicht eine Woche auch YouTube-Pause mal. Nach dem Winterfee... Ah, das ist gleich jetzt schon trocken. Komm. Was soll das denn? Was soll das denn? Wir machen jetzt aber so. Ah, nee, aber das ist auch zu... Ist das hier? Ich glaub, das hier ist besser. Auf jeden Fall, lauter da nichts. Ach, es kitzelt wieder der Hase. Darf nicht zu viel reden. Auf jeden Fall... Es rutscht auch schon wieder... Nee, ich muss das einfach wieder anders machen. Unglaublich. Auf jeden Fall... Alter, wo ist denn jetzt der Pack? Was macht ihr denn? Die Scheibe, meine ich natürlich. Auf jeden Fall, wie gesagt, will ich das so ein bisschen was Spezielles machen. Vielleicht auch nur so ein, zwei Minuten-Videos ganz kleine. Aber ich hab mir auch schon überlegt, jeden Tag ein neuer Fakt über mich. Oder irgendwie ein neues dummes Ereignis oder so. Keine Ahnung was. Das hab ich mir mal überlegt. Weil das wäre, glaub ich, ganz cool. Aber ich weiß halt nicht... Boah, es geht besser, oder? Dachte ich mir zumindest. Oh, oh, ausgedribbelt, ausgedribbelt, ausgedribbelt. Ach, scheiße, beim dritten komm ich nicht mehr vorbei. Aber zwei. Zwei Idiots auf einen Streit und ein Tor. Nein, schade. Uh. Okay, hat ein Tor gegeben, toll. Aber bringt mir nix, weil ich muss ja ein Tor schießen, damit ich die Klammer wegbekomme. Ah, die Scheibe fliegt zu weit. Oh, ne, überhaupt nicht, aber ich hab, ich hab geklärt, Leute. Ich hab geklärt. Weil ich bin der Kruppfi, Digger, der Kruppfi. Oh, lol. Boah, das wäre so geil gewesen, wenn er jetzt reingegangen wäre. Und dann hätte ich halt das Tor... Ich würde schon wieder gemacht. Ich hab's dem Tor gemacht, let's go. Das heißt, diese Klammer hier. Okay, let's go. Die Klammer kommt weg. Boah, sowas von wichtig und richtig auf jeden Fall. Alter, ich wurde hier komplett weggeheatet. Also so weggedrückt halt. Nicht weggeheatet, weggeheatet ist anders, aber... Wow, lol. Falsche Richtung. Digga, ich find das so krass, wie viel Speed, dass diese... Eis up! Eis up! Wie viel Speed, dass diese Scheibe auch immer drauf hat. Aber komm, was willst du da machen? Guck. Oh, ne. Oh, ne. Was mach ich hier? Lol, Alter. Ich werd hier rumgemobbt die ganze Zeit. Nein, wieso ist er im Weg gewesen? So ein... Was machen die? Die machen ein Tor. Geil. Hab ich eigentlich nichts gegen, ne? Oh, lol. Wie ist der nicht reingegangen? Alter, die machen die Füße schon wieder ein Tor, oder was? Oh, lol. Bisschen von der Spur abgekommen, aber... Kein Problem. Kein Ding für den King, sag ich immer. Nein! Oh! Oh Gott, Alter, das war gerade sehr kritisch. Mit dem, mit den Leuten... Digga, was macht der? Oh! 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 Was, wieso stand der nur so dumm rum? Let's mal honest. Ah, blühle. Geht hier nicht ne andere, ein bisschen weniger? Straf, okay, ne. Alles klar. Ne, und es gibt immer fast ein Tor. Oh, lol. Oh, lol. Ja, hier haben wir rumgehört. Rumgehört. Schubster, da, übrigens die zweite Klammer ist hier, falls man sie nicht gesehen hat. Nur so, ach komm. Nur so, für die Info nicht, dass ihr sagt, jo, du hast hier gar keine Klammer. Obwohl, man muss auch, beim ersten Spiel hatte ich einfach die Klammer, die Klammer einfach gar zu halbe Zeit, einfach nicht in der Fresse. Weil ich kurz ein bisschen spielen wollte. Oh, das war in falsche Richtung, gebe ich gerne zu. Das könnte ich eigentlich mal mit Red machen, ne. So, das würde ich beide mal machen. Das Ding ist, er hat mehr Fett, er kann es besser hinstellen. Nein, Spaß. So dumme Aussage wieder. Oh, es gibt ein Tor. Direkt Karma. Direkt Karma. Ah, ich dachte gerade, ich habe es kaputt gegangen. Vielleicht haben wir es gehört. Aber es hat nur noch sonst irgendwie Knick gemacht. Im Gegensatz habe ich gerade nur drei Klammern in der Fresse, weil ich am Anfang auch ein Tor gemacht habe. Beziehungsweise das zweite. Und das ist, oh nein, das ist ein Scherz. Uff, Digga, der ist daneben. Zum Glück, ey. Das wäre auch wieder so typisch gewesen irgendwie, aber irgendwie auch so ein Abfuck. Oh ja, das kommt so, das gibt noch ein Tor. Nein. Scheiße. Für die gibt es noch ein Tor. Okay. Zum Glück nicht. Au. Auf jeden Fall, Leute. Das war es mit dieser Tor, äh, mit dieser Tor. Was ist das? Mit dieser Folge. Autsch. Mit dieser Folge, Autsch. Dann haben wir in dieser Folge Rocket League, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschau. Ich habe immer so hochgehen, wie das stimmt. Das ist voll cool.